bist du bereit? ich bin bereit. Adrenalin startet jetzt. okay was geht ab? herzlich willkommen zu einem neuen video. wir haben wochenende und machen eine kleine tour. euch nehmen wir dabei mit und quatschen einfach ein bisschen und am ende des videos habe ich noch was zu sagen zu dieser mega umfrage die wir gemacht haben und ja das sage ich euch schon später wenn wir die ersten trails hier gerollt sind. wir sind jetzt an dem trail wo wir die drohne verloren haben und guck mal vielleicht verschliegt sie ja heute hier. vielleicht finden wir die drohne heute. ich glaube nicht ich glaube ich habe ein bisschen viel luftdruck leute hast du noch riepflösschen gemacht? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn es so rutschig ist wie heute, ist es echt nicht ohne. Aber es hat geklappt. Oh! Ja, das ist wirklich gut. 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 So Leute, wir sind wieder zurück zu Hause. Boah, jetzt macht die Michi das Video Disturben mit denen und Kaffee machen halt. Ich hätte gerne das Auto eigentlich draußen gedreht, aber es war einfach so kalt, dass ich einfach hier langsam einfach nach Hause wollte. Wir sind eine kleine Runde gedreht, haben uns noch ein Haus angeschaut, was zum Verkauf steht, wo wir jetzt gemerkt haben, das ist doch ziemlich weit weg vom Schuss. Ah, naja. Aber was ich eigentlich mit euch ja bequatschen wollte, die Umfrage, die wir gemacht haben. Also erstmal vielen Dank für dieses mega krasse Feedback, die krasse Resonanz. Hätte nicht gedacht, dass so viele Leute mitmachen. Und ja, es hat mir sehr, sehr geholfen und ich werde das mir sehr zu Herzen nehmen und das wird sich jetzt in Zukunft ein bisschen was daran orientieren. Nicht alles natürlich. Ich möchte ja immer noch auch einfach so Vlogs machen wie jetzt und einfach euch so ein bisschen mitnehmen, was ich so treibe, was ich so mache. Aber ich finde das einfach mega cool, dass die Community so stark ist und auch sowas richtig mitträgt und mitgestaltet. Weil so können wir, haben wir alle was davon. Ich habe Spaß, Videos zu machen und ihr habt Spaß, die Videos zu schauen und habt was davon. Habt auch einen Mehrwert davon. Das ist mir wichtig, dass die Leute, die meine Videos schauen, inspiriert werden, dass sie was mitnehmen und irgendwo in irgendeinem Bereich irgendwie weiterkommen. Deswegen war mir es wichtig, das nochmal zu betonen, dass ich das geil finde, wenn wir das als Community gemeinsam gestalten. Dieses Jahr insbesondere. Und ja, falls du noch nicht Teil der Community bist, dann lass gerne ein Abo da. Jede Woche neue Videos. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Wir werden auch immer noch mehr, auch wenn es in den Wintermonaten natürlich immer weniger ist. Und in den Wintermonaten kommen normalerweise nicht so viele Abonnenten mit dazu, außer bei manchen YouTubern bei uns in der Community. Da werden auf einmal so Milestones geknackt. Ja, in diesem Sinne, Leute, ich trinke jetzt mal einen Kaffee, dann gehen wir einkaufen und dann wird es noch das Wochenende ausklingen lassen. Und morgen geht es wahrscheinlich nochmal aufs Rad. Und ich habe das Bike jetzt extra auch nicht sauber gemacht, weil da könnten wir auch ein bestimmtes Video zu machen. Naja, aber bleibt gespannt. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Das ist doch echt blöd, weil das so schwer ist.